nicht so wünscht man sich nicht alle tage aber ja spät sind wir da nichts probiert hat und der hat 100 herzen geformt aus den danken der tatsen keine ahnung wie er das in gebiet in den menschen sonne herzen Der hat 100 Tatzen irgendwie gefarmt. Keine Ahnung. Hat doch zumindest sein Inventar da drin liegen. Der hat 100 Tatzen irgendwie gefarmt. Aber wie wenig jetzt da drinnen los ist, das ist das coole, gell? Keine Ahnung drinnen da. Da. Das ist ja cool. Ich stelle mal wieder rüber für morgen. Gessen wir das wieder. Sonst vergesst man das wieder. Ja. Immer noch gut drauf. Den Feldern waren wir heute auch nicht fleißig. Fehli ist alles gut drauf. Okay. Weiss. Beniej. Beniej. Das kommt doch, ne? It's daytime soon. Wie willst du da den letzten Boss schaffen, ey? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bin noch da. Ich muss nur Kopfhörer wechseln. Ich bin noch da. Jetzt? Ja, ich höre dich immer noch. Okay. Jetzt geht's. Okay, okay, okay. Ja, ja. Ja, das ist schon der Hammer hier. Das ist so schlimm, habe ich mir das nicht vorgestellt, weil im Video kann das nicht so rüber. Ja, natürlich, der erste Tag, noch kein Infos, gell? Aber das war, wie gesagt, das war heute ein teurer Tag. Und danach wäre ich eigentlich fertig, oder? Oder gibt's dann noch eine andere Ebene? Ja, Ebene 2. Ebene 2. Also, 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 bisschen 2. Ja, aber du machst nicht das Gleiten an der Ebene, oder, danach? Na, das ist ja bloß jetzt die Vorstufe, ja? Der wird ja dann irgendwann noch erweitert. Ja, irgendwann mal. Ich frage mich, wie sie da, äh, keine Ahnung, da muss der permanent Schaden machen, ey. Oder, Chat? Haben die überhaupt den letzten Pass hingekriegt? Hat die überhaupt den jemanden hingekriegt? Ja, ja. Du kannst da das auch in der Rinder machen gehen, in der Duvala. In der Season, oder was? Ja. Ist es da leichter? Ja, Duvala 2, oder wie? Duvala, die kannst du da rein. Mit den normalen Duvala, oder mit den Season-Tuvala? Mit dem Season-Tuvala? Aber wir müssen ja eigentlich noch von gestern ab. Wir haben ja gehabt auch nicht, Mauwewe, wir haben ja vieles nicht gemacht. Nach 2 Uhr ist das auch schon. Ich habe auch meine Kisten vergessen abzugeben, aber das ist mehr... PULIS! PULIS! Ich muss erst mal meine Splitter wieder ersetzen. Ja, heute ist der ganze Tag ein bisschen auf und runter. Das ist alles ein bisschen zur Zeit. Das war kein normaler Tag, oder? Das war kein normaler Tag. Aber ich denke, ja. Da habe ich mir auch mehr... mehr... mehr erhofft. Shit. 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 Shit happens. Ja, da... Ah, jetzt sollte ich da noch ein schönes, Lara, ah, nee die Lara hat gestern auch nicht gemacht Aktiv, habe ich gestern auch aufvergessen, nur aktiv Weizen Weizen, 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 Weizen Weizen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Grillwurst Die Grillwurst Wer hat denn das eigentlich in der Season versucht? Hat das einer versucht in der Season? Nix, keiner versucht in der Season Das zu machen Ja Chat Chat, Chat Chat, Chat Nix Nix, Nix, Nix Nix, Nix Nix, Nix Untertitelung des ZDF, 2020 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 In der Season in Dungeons zu machen, ob das heute einer versucht hatte. Aaron grüß dich. So da ist der Weg da. Da ist der Weg. Da ist der Weg. Dann schauen wir, ob da noch was geht. Da ist der Weg. Da ist der Weg. Dann habe ich die auch mal geschickt. Da ist der Weg. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sollte eigentlich funktionieren Bis jetzt hat er manchmal vielleicht etwas verzögert gewesen Aber sollte gehen 2 Schuhe, 10 Helme 2 Schuhe, 10 Helme 2 Schuhe, 10 Helme Ja, du kannst auch 10 Mal machen Es aktualisiert sich dann drüben Sollte eigentlich Die haben es auch 20 Mal gemacht hintereinander und hat funktioniert Vielleicht warten eine Sekunde Vielleicht lade gerade das System Oder ist bei Twitch ein bisschen Bisschen down Du kannst sie alle gleichzeitig auch ausgeben Also Schuhe, 1, 2, 3 Uli? Hörst du mich noch? Ja, klar Ja, ja, klar Achso, ich höre dich nicht mal Deswegen Ach doch, das ist was faul Hallo? Ja, ich höre dich noch Ah, jetzt höre ich dich wieder Ach, noch Ist was So, Reparatur Achso eine Handbarkeit Achso eine Handbarkeit Geht eigentlich gleich weiter wie gestern 6 hoch Wahnsinn 25er da Ich glaube jetzt bist du wieder weg Ich bin nicht weg. Ich bin immer noch da. Wieso hole ich das da jetzt? Ich sage nicht bloß immer permanent was. Sag dich, da ist was. Sag dich, da ist was. Immer noch nichts. Warte mal, ich kann hier schauen, wie viel du... Mach mal mal den Link zu und mach nochmal... Machst den Link zu und machst Rufezeichen gehen und klickst du nochmal auf den Link drauf. Ob das dann Cocky oder irgendwas blockiert ist. Also drüben sicher auf... Nur eine Sekunde, gell? Dann schaue ich dir da nach, ob ich da... Sehe nicht die los jetzt, aber ich sehe, wie oft du da gedrückt hast dann. Wenn ich das rausfinde. Also... ... ... ... ... Du hattest dich schon angemeldet, oder? Am Anfang ja. Unter diesem Namen Auron. Untertitelung des ZDF, 2020 In deinem Namen nicht? Auron. Ne, du hattest drüben als Rufezeichen Secret Code. Da hast du dich schon angemeldet zuerst. Zuerst muss man sich drüben anmelden. Ne, nicht, kein Problem. Ah, okay, das hast du, weil ich finde deinen Namen nicht. Oh, wahrscheinlich hast du einen anderen Namen, keine Ahnung. Vielleicht hast du einen anderen Namen, das weiß ich jetzt nicht. Also unter Auron finde ich keine Namen. Das sehe ich nichts. Pfff, da sehe ich nichts. Das ist... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Du hattest insgesamt 13 Aktionen gemacht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pitch auch, Discord und YouTube Aber 13 Aktionen Wie viele das jetzt insgesamt los sind, weiß ich jetzt nicht du kannst jetzt theoretisch nochmal wenn du jetzt nochmal die Aktion auslöst dann kann ich sehen, ob die Aktion gezählt hat also dieses hier mit den Twitch-Coins eingeben, also da mache ich mal auf Continuum, aber der macht dann nichts musstest du halt nochmal 2000 kaufen ich bin gerade schon bei dir Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal für die zweite du meinst für die 2000 Punkte ja musst du auf das kleine Häkchen drücken bei den Twitch und immer aktualisieren, immer aktualisieren und irgendwann hat sich das erhöht bei welchen kleinen äh na, du hast da so ein kleines Rädchen bei den Twitch, wo deine 16 da stehen oder 13 dahinter hast du immer so ein Wiederholungszeichen da drückst du einfach immer Wiederholen, Wiederholen, Wiederholen äh nein, habe ich nicht ich bin ja hier auf Discord ich kann ja hier kurz ähm du musst auf die Homepage gehen hier, auf die auf die komische äh Giv-Away-Seite wie du da hast ja, bin ich ja warum? du hast da wie viel? da ja, ich bin gerade am Klopfen nur noch zweimal einmal eine Aktion ausführst dann kann ich schauen ob das funktioniert ich brauche schon die ganze Zeit die ganze Zeit bei den 13 mit den Punkten da wo ich noch 13 Punkte kriegen kann genau dahinter hast du so ein kleines äh Wiederholungszeichen und der drückst du einfach drauf und dann kommt den unten äh starten und abbrechen sind wir uns auf der Giv-Away-Seite ja da habe ich kein kleines Rädchen oh, Marcel da ist ja jemand nein, der Kopfhörer tut mir jetzt wieder nicht äh warte warte ich locke mich um ich gucke da jetzt normalerweise müsste das da stehen das das hallo hallo oh, Marcel grüß dich aber ich habe es nicht hörst du mich auch ja, jetzt höre ich dich wieder keine Ahnung man so du hast das jetzt hier Livestream an so genau, deswegen äh gehst du immer unten äh auf den grünen Button ja permanent, permanent immer wieder und da dreht sich doch so ein grünes Häkchen ja ja und dann normalerweise müsstest du denn jetzt mal auf abbrechen gehen neben ne redden kannst du nicht da ne ja, aber die würde ich ja einlösen ne, aber nicht da ne die 18 die bleiben da stehen genau 18 mal hast du es du hast 18 Tickets ja ich habe ja die anderen muss der muss sich auch überall das 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 schon ne das schon einmal reinzukommen musst du dich anmelden aber bei redden das das heißt die Punkte was du äh was du hingehen die Kanalpunkte was du lose gekauft hast gehen dann rüber achso das sind praktisch deine lose du hast jetzt 18 lose gekauft das eine äh wahrscheinlich ja ist okay äh weil da gibt es bei follow gibt es ja nur einen Punkt also das ist okay der Ding ist auch das ist auch erledigt weil das kannst du nur einmal machen alles andere hat ähm kann man öfters machen boah ich weiß eben nicht auch nicht was da zählt zählt unter Code die 18 oder zählt das da oben mit 39 was was ist denn die Voraussetzung was zählt denn 39 ein Triss sind da oben 39 lose das zählt nur ja nicht da unten die die 18 doch insgesamt hat der jetzt 39 äh äh Eintriss wahrscheinlich die 18 plus Discord plus das ganze Zeug halt das kann ich das kann ich das kann ich das kann ich nicht einsetzen ne das musst du hingehen das das musst du hingehen machen das kannst du nicht da du musst jetzt du musst du musst jetzt du musst auf Twitch gehen bei mir drauf und dann unten steht dann irgendwo äh genau mit den Punkten kannst du das einlösen 2000 oder wie das heißt jetzt genau da das rote ja aber ich habe ja keine 2000 mehr ja du musst 2000 haben dass du mir da wieder 3 kaufen kannst ok so funktioniert das das zählt das zählt alles zusammen gut ok und genau wieder genau der Code der heutige kann ich eingeben den will ich da habe ich den heute eingeben habe ich den überhaupt gewechselt heute mit dem ganzen Stress ja geht ja mhm hm ne den habe ich sicher gewechselt hast du mach mal ein Siegrekord was ist das RTU ist der 3RTU ähm gut ja hier ist aber nicht der neue drin warte mal warte mal bist du mir rausgeflogen äh gibt es 3RTU habe ich eingegeben ja oder warte ich muss Sekunde ich bin gerade da irgendwo in einer ja ja mach du mal keinen Problem blöden Situation da sag mal raus auf YouTube was musst du denn da machen das Video besuchen äh bei YouTube ist da ein bisschen ein Problem also das haben sie mir gesehen weil das nicht ganz ähm nach YouTube äh Standard ist oder wie deswegen funktioniert es funktioniert hinten nach schon aber sie können das nicht so offiziell ausgeben also sie können das nicht als erledigt in mir ist immer noch die die 1 plus also ich kann das nicht machen das Video passiert auch nichts äh es es passiert schon also die linge hat es getestet du musst am nächsten Tag reingehen und dann aktualisieren und dann hat es dann kommen die Punkte rüber aber das wie gesagt der Support hat geschrieben das ist nicht so wie es eigentlich sollte sein also das nächste Mal das da eigentlich weglassen weil man darf das nicht weil es nicht von für ein YouTube jetzt ging's wacht man der Code ging jetzt der Code ging jetzt ja ja also mir steht bei mir eine Warteuhr jetzt bitte bei mir ist es eine Warteuhr hier ja genau jetzt morgen darfst du wieder morgen darfst du jetzt wieder oh das ist ja böse ich sehe alle Tage gibt es einen neuen Code also 10 um die Einträge und nicht und nicht nur die 100 nicht bloß bei Twitch da die Scheiße gut okay ne die ganzen Einträge weil das sind ja alle Einträge du kann du nimmst ja jeder hat ja verschieden eine nimmt nur Codes und nur äh Kanalpunkte der eine hat einen Bonus der eine hat einen Follow der eine hat äh das eine Zeug Instagram und Nubar Statue soll man die behalten oder verkaufen Nubar Statue was soll die Statue das weiß ich nicht was du damit machst ja es ist ein Ausstellungsstück für die Wohnung gibt es 15 oh ja du kannst in deine Wohnung packen oder verkaufen je nachdem was du möchtest ich verkaufe ich brauch die nicht weg damit aber du hast das hat funktioniert oder ja das hat funktioniert ja jetzt schaue ich nur wie viel jetzt bei dir der Impulse sind halt die wie viel waren vorhin 13 oder äh vorhin ja 14 39 jetzt hast du 14 ja 14 also ich sehe ja nur wie oft du das getriggert hast oder was dass du überhaupt 14 Aktionen hast du gemacht also das wären ja dann 14 Aktionen 1 2 3 4 5 6 7 8 Aktionen 9 Aktionen ist alles wenn du alles machst 9 Aktionen äh 3 Punkte wären das 6 3 mal 6 ist 18 oder äh 3 mal 6 also wären das 15 dazu 14 Aktionen 18 die 18 ist das 3 also du bekommst immer 3 äh 3 Lose glaube ich oder oder 5 3 Lose die 1 Aktion bekommst du 3 Lose das heißt du hast 6 mal 6 mal das Redem gemacht ja was überhaupt mal auf Twitch so rauf tun weil das sieht man wenn man das erste Mal reingeht sieht man das ja gar nicht gell so so um 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 so Es ist ja alles perfekt geblieben heute. Kisten, Arbeiter, nichts gebaut, nichts verarbeitet. So, ja heute ist nicht was an der Strecke, aber ich glaube, ich weiß jetzt, ich glaube ich gehe raus auch davon, ja. Genug für heute, oder? Ich bin auch down jetzt. Oh, 12 Stunden haben wir heute schon. Wenn du nichts mehr zu tun hast, dann ja. Ha? Wenn du nichts mehr zu tun hast, ja. Mach mal der Arschlitz für heute. Ich habe heute schon Gas gegeben. Oder Leute? Hm? Jetzt hört das Licht an dir. Ja, ich denke, sonst. Ich habe jetzt noch kein Glück gehabt hier mit den komischen Kisten hier von diesen, ähm, Season-Kram, ne? Wo man diese komischen Rollen eintauschen muss. jetzt... Ich habe immer noch hart, äh, hier, äh, Erinnerung von Münze bekommen und scharf. Ah? Du kannst doch diese komischen Dinge ab holen da, für, ähm, deine, ähm, 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 wo ist das nochmal, ähm, Rollen, du kriegst da von der Season Pass. Ach, du meinst aus der Belohnungskiste? Ja, genau. Da hab ich auch nur Müll. Immer nur harte Schafe, harte Schafe. Oder Erinnerungsfragmente, aber wirklich mal was Gutes. Letzte Frage. Ähm... Verkauf schon. Ja, musst du auf. Müsst du aufschweigen. Ach, der Chicken. Ha? Haben wir noch irgendwas hier? Oh, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist alles zum Erliegen gekommen irgendwie. Heute ist alles zum Erliegen gekommen, ja. Kannst du laut sagen. Ja, der ganze Ablauf ist durcheinander. Keine Ahnung. Nix großartig geschafft heute. Ups. Der ist noch ganz rausgedanken. Können wir schließen, das behalten wir auf. Das können wir auch schließen. Total tote Hose, keine Ahnung. Die Patch Notes waren aber heute eher nicht so toll, ne? Ja, das war ein bisschen alles. Ein bisschen alles nicht so, wie es sich die Leute halt vorgestellt haben auch. Ja, die haben alles rausgenommen, aber nichts war alles reingemacht, oder? Alles ein bisschen drunter und drüber hier heute. Inwiefern? In den Dungeons waren wir heute, wir waren jetzt zwölf Stunden fast drinnen. Oh, okay. Und Bugs und, äh, das letzte Mal hat es noch nicht geschafft. Deswegen sind wir etwas geschlaucht heute. In den ganzen Items weg, musst alle nochmal neu machen. Ich höre hier auf. Welche Items? Äh, lass mich schon schauen. Die, die du da drinnen gekriegt hast. Oh. Piri ist da auch offline. Wo gehen wir dann heute hin? Äh, Wacka ist da auch raus. Also alle offline. Ja, die haben auch, die haben auch die Schnäuze vorher. Aber Wacka hat es geschafft. Ja, ne? Hey! Ich bin gerade angekommen, direkt bin ich. Ich glaube, ich bin gerade angekommen. Ich hätte noch 10 Risse, also wenn ich so ein Auge vorfahre. Okay. Das ist richtig. Aufheben noch. Noch aufheben. Wait, there is another one. Wofür? Ja, so ein Punkt ist vollständig. Vielleicht braucht es noch jemand. Ich habe auch noch 3 Risse. Da kommen auch noch welche dazu. So, heute kommt ja die... Die Rüchte, die haben wir ja schon. Die Rüchte muss ich auch noch wieder machen. Die tägliche muss ich ja auch machen. Ja. Die tägliche muss ich hier mal werden. Chat. Ja, das wird... Hast was dabei heute. Ist keiner da? Ich weiß jetzt nicht... Machen wir mal den da, weil ich kenne den nicht, aber... Right now, man. Ich glaube, es sind alle etwas geschlaucht. Ja, weil die alle ein bisschen müde. Ja. Haben wir bei Kutto gesehen, die haben lange gebraucht gekutzt, waren es 2 Uhr. Echt? Ja, ewigkeit. Oh ja. Gehen wir da rüber. Aufrufen wir mal again. Ich glaube, ich werde auch das verarbeiten und dann werde ich mich auch entlegen. Ja, heute ist... Heute ist das Beuch der Wurm drin, oder was? War da Wurm drin, heute war wirklich da Wurm drin. Ja, noch ein bisschen leicht angefressen, keine Ahnung, weil ja so viel geplatzt ist. Wie geplatzt? An Schmucke, oder wie? Ne, Kristalle. Die gehen auch kaputt in den Dungeon. Heute sind etliche Kristalle raus, ja. Mit... Mit hat Bidio, äh, verdient. Heute geht, äh, äh, also im Dungeon sind ja auch die Kristalle kaputt, ja? Ja. So, liebe Leute. Ich wünsche euch was. Wait, there's some things spawnen here. Danke nochmal für die ganzen, äh, Follows und für die Subs. Und wir sehen uns morgen. Ich denke, morgen machen wir nicht mehr so früh. Morgen werde ich etwas später kommen, weil... Morgen muss ich aufs Feld noch gehen. Wie aufs Feld. Hei, hei, hei runter machen. Hei runter machen. Hei, ja. Wie du bist, wie du bist Bauer, oder was? Ich helfe dem Bauer mal. Ja. Tschüss, bis morgen, und, äh, nicht in den Anschluss reingehen ohne mich. Hei.